So, wenn Sie schon meine Vorlesung von Anfang an besuchen, dann können Sie wenigstens ruhig sein. Ja, und jetzt raus aus dem Hörsaal, alle, die hier nicht sitzen, raus, aber hopp! Hey, ich komme hier oben rauf, dann meinen Sie, ich sage hier unten nur was und meine es nicht so. Die, die ich erwischt, die nach oben sind, die mache ich sowas zur Sau, sage ich Ihnen. Sowas zur Sau, dann schaffen Sie es nicht mal mehr auf den Ökobauernhof. Raus hier aus dem Hörsaal! Raus, aber flott! Ja, das geht ja noch! Raus! Manchmal wacht man morgens auf und denkt, ich bin so ein kleines Schwein. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Das macht Spaß, das macht sowas von Spaß. 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 Verrückt zu sein, das ist nicht wenig. Man fühlt sich schnell mal wie ein König. Doch dieses Bild ist südgerisch. Viel zu schön, nicht sehr lustig. Wer viel aufhört, kann viel fallen. Das kann einem nicht zu fallen. Verrückt zu sein, das ist nicht wenig. Verrückt zu schnell wie ein König. Das macht Spaß, das macht sowas von Spaß. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Es macht Spaß, das macht so was von Spaß. Es macht Spaß, das macht so was von Spaß. Wer feiert da so nackt im Wind, es ist der Nachbar und ich bin kein Kind. Er hält es nicht mehr im Warmen aus und zieht es daher ganz schnell aus. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, der muss mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt, meine Mutter hat mich testen lassen. Ja, raus hier! Ja, ich seh sie immer noch weg! Gelacht wird es recht nicht!